Der Zweck von Wissen Und mit Wissen meine ich, es gibt Unmengen an Quellen Seminare, Lernkreise, Vorträge Es gibt sogar YouTube-Videos Es gibt so vieles da draußen Und der Muslim hat heutzutage unzählige Zugangsmöglichkeiten zum Wissen Wie dem auch sei Unglücklicherweise fehlt uns leider eine Sache Und das ist die Umsetzung Die Umsetzung des Wissens Die praktische Anwendung des Wissens Die praktische Anwendung des Wissens fehlt Es kommt einem so vor, als wären wir süchtig geworden Süchtig nach Wissen Wir wollen immer mehr wissen, mehr erfahren, mehr lernen Aber wir setzen nichts von diesem um Beziehungsweise das meiste davon Bleibt nur Theorie Oftmals sieht man jemanden einen Vortrag besuchen Und man hört von ihm Es war großartig, aber das meiste davon hatte ich zuvor schon gehört Ich habe kaum etwas Neues gelernt Subhanallah Die Frage ist, wie viel davon setzt du praktisch um? Die ganzen Dinge, die du bereits zuvor gehört hast Wo ist die Umsetzung dieses Wissens? Selbst wenn es um den Koran geht Ist uns bewusst, dass die meisten Gefährten des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Den Koran nicht auswendig gelernt hatten Und heutzutage will jeder zweite Hafe werden Aber wo ist die Umsetzung des Koran? Omar radiyallahu anhu sagt über sich selbst Ich habe zwölf Jahre gebraucht, um Surah al-Baqarah zu lernen Surah al-Baqarah Die ein moderner Hafe innerhalb einiger Monate erlernt Und Omar radiyallahu anhu benötigt dazu zwölf Jahre Warum? Weil, er sagt weiter Da ich nicht eine einzige Aya auswendig lernte Ohne sie vorher in meinem Leben umgesetzt zu haben Und er sagt nach einem Glocken Ich habe keine Arbeit, die sich selbst in meinem Leben umgesetzt zu haben Ich habe nicht eine Arbeit, die sich selbst wehr und gehofft bei uns Untertitelung des ZDF, 2020